Ein Informationsmodell ist in der Informationstechnik eine abstrakte Abbildung von Objekten mit ihren Eigenschaften und Beziehungen sowie den Aktionen, die sie ausführen können, und den Operationen, die mit ihnen durchgeführt werden können. Das Informationsmodell ist damit eine Obermenge des Datenmodells, in dem streng genommen keine Modellelemente zur Repräsentation von Aktionen und Operationen existieren. Im alltäglichen Sprachgebrauch wird allerdings oftmals keine klare Unterscheidung zwischen Informations- und Datenmodell vorgenommen und die Begriffe synonym verwendet. Informationsmodelle in der Telekommunikation Informationsmodelle werden beim Management von IT-Systemen und von Telekommunikationsnetzen benutzt. Management-Objekte sind bei diesen Anwendungen beispielsweise Geräte wie Router, Hubs oder ihre Steckkarten bzw. die Ports auf diesen Steckkarten. Mithilfe dieser Informationsmodelle werden die Netzwerke durch das Netzwerkmanagement aus der Ferne überwacht, konfiguriert und gesteuert. Die Informationsmodelle werden vom Konzept her so definiert, dass sie keine bestimmte Implementierung erfordern. Dadurch wird erreicht, dass unabhängig von herstellerspezifischen Implementierungen eine einheitliche Sichtweise auf verschiedene Geräte desselben Typs möglich ist. Informationsmodelle benutzen zur Modellierung realer Geräte gewöhnlich zunächst ein Funktionsmodell, das die folgenden Management-Bereiche umfasst. Fehler und Störungen, Fault-Management, Konfiguration-Management, Abrechnung, Accounting-Management, Qualität und Leistung, Performance-Management und Sicherheit, Security-Management. Darauf aufbauend werden Management-Objekte definiert, denen wiederum Attribute zugewiesen werden. Die Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnung ergeben FCAPS, was eine geläufige Abkürzung für die Aufgaben des Funktionsmodells darstellt. In realen Implementierungen bestehen Informationsmodelle aus einer Management-Information-Base, welche die Gesamtheit aller Daten und Informationen in einer Datenstruktur abbildet, und einem Management-Protokoll und einem Management-Protokoll, wie beispielsweise das Simple-Network-Management-Protokoll. Von der Distributed Management Taskforce wurde ein standardisierter Satz von Informationsmodellen unter der Bezeichnung Com-Information-Model veröffentlicht. Sie hörten den Artikel Informationsmodell, gesprochen am 30. Mai 2013, von Mark Kohaupt. Mit dem Benutzernamen Debug-Level. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org-wiki-informationsmodell. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share-Like 3.0 und Ported, sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.